yo servus leute ich bin wieder back am start für euch und heute mit part 2 vom faq hier fangen wir mit der ersten frage direkt an eva fragt was ist das peinlichste was dir jemals passiert ist ja über diese frage werde ich speziell in einem anderen video eine richtig krankere realer story erzählen also das dauert so echt vom hock am kann ich an der stelle schon mal sagen und ja black dad fragt hast oder hattest du schon mal ein hund nein leute ich habe keinen hund aber dafür eine schwester es reicht dave fragt wie bist du drauf gekommen einen youtube kanal zu eröffnen und wer ist dein lieblings youtuber youtuberin boah so heiß heute man kann nichts tun heute ist viel zu warm ich werde einfach mal mit youtube anfangen einfach irgendwas hochladen in den scheiß es werden bestimmt paar leute anschauen denke ich mache ich hab's ich fange einfach mit youtube heute an ja mein lieblings youtuber das bin natürlich ne spaß leute ne ich habe eigentlich keinen lieblings youtuber ich schaue mir viele youtuber gerne an ich habe jetzt keinen so spezieller tutorial tv direkt bist du zufrieden mit deinem kanal und mit deiner community ps kein plan wie es geschrieben wird ja natürlich bin ich zufrieden mit meiner community ich liebe euch meine freunde für euch das video badwoodlp fragt was hast du in zukunft für challenges geplant ja in zukunft werde ich richtig geile challenges bringen darf ich darauf schon mal gespannt machen kann ich schon mal sagen seid gespannt leute was ich da bringen werde auf jeden fall wird richtig viel in nächster zeit kommen der overbeast fragt benutzt du ein headset oder kopfhörer ja ich benutze ein headset also wenn das auf socken bezogen ist benutze ich so ein gaming hat oder hier vor kurzem bei amazon bestellt ich glaube statt 80 euro hat es nur 30 gekostet also kann ich nur empfehlen der german gamer aka simon fragt hallo patrick warum trägst du sonntags immer dreckige unterhosen ja simon dazu sage ich nur eins es haben verkotzt die hohe schüsse vom letzten abend nichts mehr wissen ja leute ich hoffe das video hat euch wieder mal unterhalten ich würde sagen da das gleich jetzt sofort das video musste drehen weil es andere video hat es schon innerhalb von dem tag 50 likes also richtig geil nochmal ich liebe euch ich schwöre innerhalb von einem tag gleich 50 likes würde ich sagen dann noch was davor ich habe jetzt nicht mehr ganz so viele fragen für part 3 falls jemand noch fragen an mich hat in der infobox wird das video verlinkt sein wo ihr dann die fragen könnt rein stellen also nur damit ihr es wisst und ich würde sagen beim nächsten video bei 80 likes wird das part 3 kommen vom FAQ und ja lasst es auf jeden fall euch gut gehen und man sieht sich beim nächsten video haut rein Leute ciao